Jo, hallo ihr sehr, sehr netten Leute, die haben einen Let's Plays guckt. Jo, ich bin happy und wir können loslegen wieder mit der nächsten Folge Minecraft. Jo, fressen wir erstmal ein paar Steaks hier. Ich sehe gerade, wir sind am Verhungern. So, okay, okay, also alles klar. Diesmal habe ich meinen letzten Part kurz noch angeguckt, um zu schauen, was wir eigentlich machen wollten. Das kann ich euch jetzt leicht verraten. Wir wollten in die Hölle gehen und wisst ihr warum? Wegen einem einzigen Glowstone-Block. Ja, wegen einem verdammten Block. Der hält sich wohl für was ganz Besonderes, dass wir nur wegen ihm in die Hölle gehen. Okay, dann machen wir das eben kurz. Ja, und ansonsten machen wir mal ein bisschen an dem Garten weiter und dann weiß ich gar nicht mehr, was wir an dem Haus machen können außer der Inneneinrichtung. Haben wir dann schon so ziemlich alles. Ja. So, erstmal ein cooles Boot machen, wo wir uns reinsetzen und natürlich die andere Ansicht nehmen. Oh yeah. So. So. Alles klar. Ja. Und natürlich sind wir kaputt und der lustige Bug, das wäre jetzt... Ey. Okay. War doch nicht so lustig. Der Bug, der hat wehgetan. Voll ins Herz. Oh man, wie viel Fackeln haben wir da aufgehängt. Mann, warum fanden wir nur heute die Sachen ein? Mann. Ah, egal. Okay, vielleicht war das... Ist das jetzt das letzte Mal, dass wir in den Leta gehen? Ja. Also freut euch. Vielleicht ist das das letzte Mal. Heldentat vollbracht. Wir müssen tiefer gehen. Okay. Sind alle Archivments wieder zurückgesetzt worden oder was? Achso. Okay. What the fuck? Erleichtere einen Blaze um seinem Stab. Haha. Zurück an den Absender. Okay, ja, Gas. Zwer, stört mich bei der Arbeit. Dann kriegt ihr einen Feuerball ins Gesicht. Wo ging's hier nochmal raus? Hier hinten doch, oder? Moment. Ja, okay. Wir können das so nehmen eigentlich. So. Ja, ja, die Hölle ist noch sehr, sehr lange nicht perfekt. Aber die habe ich auch nicht vor, in nächster Zeit perfekt zu machen. Äh, die Hölle interessiert mich nicht so viel. Äh, sie hat bis jetzt nur immer Unheil über uns gebracht. Und, ja. So. Wir sind oben. Und ab geht's. Da! Zurück an den Absender. Komm her. Ey. Ey. Was habe ich euch getan, Mann? Okay. Au. Au. Komm schon. Au. What the fuck? Au, what the f... Jetzt verarschung. Wat? Wo sind wir? Ey, Mann, Leute, wer habt ihr gesehen? Ohne WC-Zone zurückzuspulen. Äh, habt ihr gesehen, wo wir reingeflogen sind? Ich nämlich nicht. Und das ist das Problem, nämlich... Äh, das sind jetzt unsere ganzen Sachen, da wo wir reingeflogen sind. Und die würde ich schon sehr, sehr gerne wiederhaben. Also ich habe keinen Bock, nochmal diesen ganzen Fliesen scheißer zu bauen. Okay, okay, okay. Und diesen ganzen Schnee zu holen. Darauf habe ich keinen Bock. Also gehen wir jetzt in irgendwelche Löcher, bis wir das finden. So, äh, oh, verdammt. Ich sehe schon, heute ist wieder mein Glückstag. Ja. Okay, äh, dann gehen wir nochmal in die Hölle. Seht ihr, war doch nicht das letzte Mal, hä? Okay. Achso, ja, das ist auch nicht schlecht. Wie sollen wir uns jetzt da hochgraben? Oh, Mann. Verdammt, kommen wir da noch rechtzeitig rauf, glaubt ihr? Das ist unfassbar. Okay, gehen wir schnell wieder zurück. Schnell zurück, schnell eine Spitzhacke holen und dann schnell wieder rauf. Oh, verdammt. Obwohl, was? Obwohl, nein, es geht ja nicht. Ich habe mir gedacht, ich kann mal eben eine Holzspitzmarke machen, aber äh, da fehlen uns die Crafting Table, ne? Komm, schnell. Schnell, schneller, schneller. Ah ja, wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns, wenn wir unsere Sachen wieder geholt haben, okay? Äh, bis gleich. Okay, Leute, willkommen zurück. Äh, ja, ähm, ich bin zwar noch nicht bei die Sachen angelangt, aber ich habe gedacht, ich mache mal einen kleinen Zwischenbericht. Ich habe in der unteren Kiste, in unserem unteren Haus eben, äh, äh, eine Steinspitzhacke gefunden, die wir jetzt, äh, so verwendet haben und jetzt, äh, sollten wir schnellstmöglich, äh, dieses Loch finden, bevor unsere Sachen weg sind, denn, ich schätze mal, so nach meinen Erfahrungen haben wir, äh, nicht mal, ne, ne, mehr eine Minute, wollte ich sagen. Nur, ich habe keine Ahnung, wo dieses Loch sein könnte. Vielleicht hier? Da. Ah, fuck. Du rück weg. So. Äh, okay. Kurz vor Schanzen und Sachen sortieren, das war schwer draußen abend. Spitzhacke. Äh, Rüssung anhaben. Wir haben, haben wir keinen Helm mehr? Ne, haben wir nicht, okay. Was zum Teufel ist ein Golden Nugget? Ich will es nicht wissen, ganz ehrlich jetzt. Ähm, jetzt, jetzt interessiert mich nur... Oh, wir sind fast schon wieder am Verhungern, ey. Okay, zuerst die Kallen essen. Okay, und danach essen wir dann dieses Steak. Was können wir noch gebrauchen? Um vielleicht an Sachen zu kommen, brauchen wir Kobels. Okay. Dann würde ich sagen, wagen wir es. Erneut. So. Wo sind wir? Hier, Glowstone. Seht ihr noch im Makro? Ich glaube nicht, oder? Na, komm runter, Mann. Da hinten sind auf jeden Fall welche. Dann laufen wir mal da nach hinten, ne? Aber auf jeden Fall nicht in die Lava. Dann können wir unseren Sachen auf jeden Fall für immer auf Wiedersehen sagen. Ja. Ciao, ciao. So. Also, vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser, hm? Okay, dann versuchen wir es. So, klettern wir es mal hoch. Okay, wir haben auf jeden Fall genug, Leute. Hauen wir ja wieder ab, bevor uns da irgendwas runterballert. Oh Mann, ich stelle mich gerade heute nicht so geschickt, dann merke ich schon. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall genug Glowstone. Jetzt müssen wir wieder zurückfinden. Wo geht es denn überhaupt zurück? Entweder da oder da. Ja, ich glaube da. So. Ja, genau. Hier, wo so viel Feuer ist, da war hier irgendwo. Und so ein größeres Loch, wo wir nach Hause können. Ja, hier können wir... Fuck. Okay, ist was. Oh Mann. Oh Mann. F-F-F-F-Fuck. Echt doof, echt doof. Äh. Haben wir eine Spitzacke, Mann? Ja, nee. So, äh. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwas? Wir, wir haben Sticks. Okay. Da, Kobel. So. Okay. Und erneut dürfen wir, äh, ganz, ganz, ganz schnell, äh, in die Höhle. In die Hölle. Aber diesmal müssen wir nur noch unsere Sachen holen und wieder zurückgehen. Also, diesmal ist es ziemlich einfach, ne? Mann, unsere Boote gehen auch schon langsam aus. Wir haben allgemein keine Axt eigentlich. Wir verwenden total wenig Holz. Also, wann waren wir das letzte Mal Holzfarmen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr lange her. Oh, komm, machen wir das nächste Lied. So. Okay, Hölle. Wir kommen. So. Wow. Äh. Ah. Doch. Okay, dann könnt ihr auch mal gleich sehen. Es ist gar nicht so viel Arbeit, sich da hochzuarbeiten eigentlich. Ey, da liegen sogar schon ein paar unsere Sachen. Leider nicht die Spitzhacke. Na dann. Ja, das muss jetzt sein, dass ich da runterhüpfe, natürlich. Okay, passt. Achso, so hoch haben wir noch gar nicht. Okay, das geht jetzt ein bisschen hoch. Ich glaube, vier Blöcke oder so. Ja, mehr als vier Blöcke geht nicht. Dann schieben wir wieder nach vier Blöcke. Und so weiter. Und das geht jetzt. Warum machen wir da da ein Blöcher rein eigentlich? Äh. Ich muss mal einen guten Aufzug machen. Das ist gar nichts hier. Aber wir haben zwar ein bisschen Luft mit der Hölle erwischt. Vielleicht sollte ich irgendwo ein. Ich weiß nicht. Naja, egal. Äh. Auf jeden Fall. Ja, holen wir jetzt mal die Sachen. Und dann platzieren wir das. Und wir sind zwei Level-ups geworden. Und dann machen wir das hier ein bisschen so. Ja. Äh. Alles klar, Leute. Hauen wir von hier ab. Ab durchs Portal, Mann. Weg von dieser Hölle. Auf Nimmerwiedersehen. Tschö. Wir waren jetzt voraussichtlich das letzte Mal in der Hölle. Yay. Keine Verbrennungen mehr. Außer wir fliegen in so eine Lava. Aber wir doch nicht. So. Äh. Haben wir... Nein, wir haben eigentlich nichts mehr zu messen, glaube ich. Aber auf jeden Fall können wir uns hier jetzt mal so einen einzigen Block machen. Auch mehrere, aber wir brauchen einen. So. Leute, wisst ihr was? Vergesst das gerade mit voraussichtlich das letzte Mal in der Hölle. Oh, Mann. Warum vergesse ich eigentlich? Oh, Mann. Okay, Leute. Wir gehen bestimmt noch in die Hölle. Es tut mir leid. Ich hab mich geirrt. Warum werdet ihr in irgendeinem anderen Part erfahren? Auf jeden Fall ersetzen wir jetzt mal das. Und, äh. Das war's auch für die Session. Denn heute hab ich wirklich nur Pech, nur Pech, nur Pech. Ich weiß nicht. Äh. Ich mach das lieber das nächste Mal, wenn ich nicht so viel Pech hab und mehr auf dem Kasten hab. Äh. Das war ja hier. Genau. Den ganzen Aufwand haben wir gemacht, damit wir hier. das einsetzen können. Ist das nicht schön? Okay, alles klar. Das war jetzt ein tolles Abenteuer, oh Mann. Und wir gehen wieder in die Hölle. Nächsten Mal. Äh. Tschüss.